Letztens bei Hextra, wo ich war, da hat mir den Heiwe anders weggeschnappt. Oh. Oh, du zu zu zu. Ah, da haben wir wieder einen. Komm her. Meiner. Wie kriegt man eine bessere Angel, die kannst du einfach bauen. Hier. Das ist die erste, die Wackelangel, die man hat. Die macht man aus Ästen und später kommt man dann wieder. Das sind die normale Angel. Ob es noch eine bessere gibt, weiß ich nicht. Glaubt ihr, musste man sich mit Nugmeilen holen? Bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. So. Ich gehe wieder oben rum. Weil hier können wir auch angeln. Fisch, du bist bescheuert. Hey, meiner. Eine Karausche. Mehr gibt es hier nicht. Ah, da haben wir ein Stückchen. Und ab nach unten. Ab nach oben. Ab nach unten. Ab nach unten. Und dann. Und können wir mal wieder. Kein Fisch. Ich nehme mal mit. Na doll. da war man fisch meine kelly mal weg noch kochen im video gucken alle klar kelly dann schönen abend noch angler fisch und danke fürs reingucken lass dir schmecken wenn das essen fertig ist schmeißen noch weiter weg jetzt hat er gesehen das ist ein gieriger drei plätze war mein spielchen ja 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 nimm deine vordergriffe runter bleib unten alle sie sie naja ist gut studie nix deine griffe runter haben wir da haben wir ja noch was ein sandlaufkäfer und ich nehme auch noch mit und da sind wir voll genau ich nehme mal mit ja ich weiß tauschen austauschen wenn man dabei da hinlegen ich nehme auch noch mit tauschen austauschen lassen wir wieder laufen egal die studie nix ich verkaufe dich nur an tom nook nein nicht an die zwei gehen hier nepp und schlepp tom nook auf die nicht außerdem habe ich mit den vogelspinnen hier habe ich ein privatkrieg ablaufen die kleine misstviecher nicht so den den da 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 hier dort da dich den auch dich und du und der und die und das und sowieso und überhaupt und die sowieso 18.320 nein das läuft ja wie am schnürchen 24.000 was waren jetzt immer so 60 ich glaube 67.000 man auch schon wieder schon wieder bleibt doch mal stehen die lassen wir da liegen den muss man später dann wieder reinbringen das brauchen wir morgen keine frucht ja 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 Oh, nice. das ist lange über wild world braucht das nicht abzubezahlen weil die welt shit habe ich zu spät gesehen das ist weit wird das ein anderer in der crossing teil oh du bläds misst ich habe schon mal ich hab da was das erste animal crossing auch gesagt ich kenne die anderen nicht da mein oh come on und Oh, come on jetzt hat er ein karten So, hier geht es weiter. Oh, noch genug Platz hier. Sollte ich vielleicht nachher der Oma gegen die anderen Dinger auch mal draufhauen? Steine. Vielleicht kommt ein Taucher drauf. Eine Klischee. Und ich finde, die sehen immer noch komisch aus. Aber irrt. He. Ein Fichtenbock. Komm her. Oh, ist der gierig. Penny Schmerle. Jetzt bist du. Komm her. Come on. Ah, jetzt hat er dann gesehen. Ja, das war nix. Was sind denn die ganzen Fische? Da ist einer. Handy. Handy, Ruhe. Eine Dose. Ah, da können wir auch mal gleich dagegen hauen. Oh, come on, ey. Alter, reinzwicken und sofort abhauen. Das gilt das nicht. So, das kriegen wir halt nix mehr raus hier. Fertig, hä? Ja. Oh, ne. Oh, ne. Ne, müssen wir nachher. Ne, neue bauen. Ne, neue bauen. Oh, ne. Oh, ne. Oh, schön. Der ist was wert. Eine Dose, dafür kriegst du die 100k Sterni, das wäre der geil bin schon, das glaube ich nicht. So, jetzt gehen wir hier so rum einmal zurück. Weil, wo schmeiß ich denn hin? Auf dem Rückweg dann bauen wir uns zu Hause schnell eine neue Schaufel. Ja, so wird das fangen nix. Ich habe ja heute einen sehr nervösen Amelfinger, by the way. Ich habe beinahe schon wieder gedrückt. Ei, 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 ich habe das gerade voll drauf. So, wir wollen herstellen. Okay, wir wollen... Jetzt herstellen. Herstellen, ja. Weiter machen. So. Das reicht. Ins Lager. Ich denke, du gehörst da natürlich nicht hin, ne? Da gehört meine Schaufel hin. Platzieren. Platzieren. Dankeschön. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Den behalten wir mal, falls wir da was bauen müssen. So, weiter geht's. Und ja, der Farmen gehört halt auch zu dem Spiel dazu, ne? Ist, by the way, mein Liebster-Zeit-Vertreiber. Ist, by the way, mein Liebster-Zeit-Vertreiber. Wenn ich auch gerade mega zu blöd bin zu mangeln. Ja, bleib da, du Müssich. Was braucht man für die andere Angel? Also, für die Angel braucht man, äh, diese Wackelangel. Äh, da braucht man fünf Stöcke. Und für die, äh, äh, normale Angel, dann braucht man ne Wackelangel und ne Erd. Ah, da haben wir das. So, könnten wir den jetzt mal wieder fangen. Eventuell Tiger, ne? Das wär super geil. Weil sonst wird das nämlich irgendwann nix mehr mit Bessene die Schulden zahlen. Komm schon. Eine Mockrele. So, komm, ja. Alter, ich schau den direkt vor das Maul und der sieht den nicht. Der ist viel. Oh, Hextrat, willst du es wieder wissen, hä? Na, Hextrat. Ein Kalmar Aioli, den verstehe ich weiter über immer noch nicht. Hextrat, wie weit bist du mit, äh, äh, deinem, äh, deinem, äh, deinem Form? Ein Seabarsch. Ein Seabarsch. 300k fehlen noch. Uh, da hast du einiges vor dir. Aber wird schon. Na ja, wir haben ja Zeit, uns präsiert es ja nicht. So. Ich guck nebenbei nur gerade, ob hier vielleicht irgendwo... Anscheinbar nicht. Da oben ist was nix drin. Oh. Da soll ich dir buddeln. Da soll ich dir buddeln. So. Dann gehen wir da runter. Dann angeln wir hier weiter. Hier ist doch irgendwie immer einer. Das ist die normale Angel. Ein Geist? Wo ist ein Geist? Echos Braut. Oh, die hätte ich beinahe übersehen. Ist der Geist schon wieder da oder wo? Oder wie der heißt oder wie? Da oben. Gut, der ist später auch nur da. Na, wobei, jetzt bin ich aber neugierig. War ich grad so blind? Ach, jetzt ist sie aber ein Fisch. Also in die verkehrte Richtung. Fischchen, komm her. Oh, come on jetzt. Miss Fisch. Brille, Viehmann. Heiho, Afflecks. Na, wie geht's dir? Eine Hasel. Ich hab ja echt grad keinen Geist gesehen. Wo war hier ein Geist? Alles Beste und Selber. Ja, mir geht's so, wie immer. Alles Beste und Selber. Ja, mir geht's so, wie immer. Ich seh hier keinen Geist. Hallo, kann ich deine Insel besuchen? Ich würde dir gerne was schenken. Nee, aktuell nicht. Weil ich bin gerade am Farmen. Und da drückt ein bisschen der Zeitschuh. Warte, ich bin schon wieder voll. Warte, ich bin schon wieder voll. Was soll denn der Mist? Einen Stein können wir hier ablegen. So, wo ist der Geist jetzt? Ach, da ist der Geist. Okay, die ist später auch noch da. Ja, wobei, wir machen das gleich mal. Suchen können wir dann später. Nein, ein Geist. Und wieder. Wann kann man die Insel denn besuchen? Nein, ne? Die nächsten Tage. Heute wahrscheinlich nicht. Bitte, ich habe doch gar nichts getan. Lass mich einfach gehen. Oh, Tigerle. Hast du mich wieder erschreckt? Und weg sind sie die Fragmente meiner Seele mal wieder. Was für ein Elend. Ich kann auch nicht länger so aussehen. Was mache ich denn jetzt? Das ist mir wirklich unangenehm. Aber könntest du zum tausendsten Mal meine Fragmente suchen? Sonst muss ich den Rest meines Daseins so verbringen. Allein die Vorstellung, bitte. Du musst es auch nicht umsonst tun. Mal sehen. Für den Fragmente wieder. Und du wirst deinen Käscher brauchen. Ja, ja, das machen wir. Das ist dasselbe immer. Das ist nur repeatable. Hier suchen wir später. Ich brauche erst Geld. Nach 440k, du cheatest doch. So, warte mal. Ja, ich war voll. Ich geh mal zu. So. Oh. Äh, 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 äh. Dinder. Ums Banane Dinder brauchen wir. Ey, bleib da. Jetzt geht alles. Komm. gut. Lager leer gemacht. Oh. Was brauchte ich denn dafür nochmal? So, schön hart holz. Das ist gerade doof. Jetzt gehts. Ja. Jetzt gehts und äh, nimmt aber das hart holz nicht raus. also nach oben ist übrigens nicht lager und nach unten ist auch nicht lager hat der blöde licht aus ja es ist tatsächlich so bei mir zu hause ist licht immer aus außer wenn ich streame damit ihr den hässlichen typen dass ich so herstellen ja ich glaube nicht leute gibt es keine bessere ins lager platzieren und so abverkaufen und wenn wir nun lass mich da durch ich hab noch kein platz du mich sorry ja ich muss immer verkaufen doch verkaufen 32.000 haben wir gerade wieder 14.000 46.000 auf die bank und zahlen das mal ein so oder machte schön sauber immer unklaut pflücken du nicht dass ich das wieder selber machen muss da wollte ich hin das war verkehrt so 20.000 brauchen wir noch und eine halbe stunden zeit haben wir noch wie sie das kriegen wollen so was bringt da oben eigentlich die ganze zeit ach da oben fessen anstoßen haben wir zehn muscheln verkaufen acht mal gießen müssen wir auch machen wir später so nein blöder ist ein misting so den nehmen wir mit den nehmen wir mit weil der haben wir schon und den rest so obliegen Bis zum nächsten Mal.